Hallo, wir sind Thörn Baus und Denise Hanke vom Schweriner SC und wir möchten euch bitten für das Projekt Milahelp, was zum Thema hat, Volleyball rund um den Globus zu verteilen und Kindern oder Spielern die Möglichkeit zu geben, Volleyball zu spielen, die vielleicht nicht das Geld oder die Mittel dazu haben, das zu tun. Möchten wir euch bitten zu spenden, T-Shirts, Bälle, Netze, alles, was ihr zur Verfügung habt, um das Projekt zu unterstützen. Wir würden uns freuen und ja, schöne Grüße aus Schwerin.